Ein Flugturnier soll es hier geben, in dieser Top 4 Challenge. Genau, das Flugrennen. Verstanden. Du bist also bereit, ja? Bitte hol das Freit-Pokémon hervor, dass du dabei hast. Äh, naja, also ich hab hier so ein gieriges, zentfischlebendes Krydon. Agia! Du hast Glück. Sein Pokémon sieht aus, als hätte er das Potenzial zum Fliegen. Hier, Agia, ist das. Das heißt zwar nicht Agia, aber okay. Agia! Was ist denn eine neue Ability? Kuräutern ist von Kraft erfüllt. Was dein Pokémon gerade zu sich genommen hat, besteht aus einer eigenartigen Pflanzenart, die hier in der Kuppel heimisch geworden ist. Ich habe daraus ein Mittel zubereitet, das die Flugfertigkeiten von Pokémon verstärkt. Nun kann dein Pokémon während der Challenge uneingeschränkt durch die Lüfte fliegen. Was? Einfach eine komplett neue Ability im DLC. Fliege aufgerollt und durch die Lüfte und versuche innerhalb des Zeitlimits aus Tios zu erreichen. Wenn du durch die Magnetilo-Ringe fliegst, erhältst du mehr Zeit. Mit dem linken Stil kannst du frei durch die Lüfte fliegen. Okay, nach oben aufwärts, nach unten abwärts und links rechts Richtung wechseln. Okay, also es ist keine Invertis-Steuerung, so wie man es eigentlich gewohnt ist in einem Flug. Okay, muss ich mal ein bisschen für Gefühle haben und erst mal spielen ein bisschen. Ich kann beginnen, ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön und ich werde natürlich easy schaffen. Nee, aber ich wundere mich gerade wirklich, dass man einfach komplett fliegen kann. Also fliegen, fliegen. Nicht einfach nur so abgleiten, sondern wirklich nur bleiben. Wenn das wirklich so ist. Nimm am Flugrennteil in der Top 4 Challenge. Danach haben wir dann einen harten, stahlharten Kampf gegen sie. Ich hoffe, ich bin ready dafür. Eigentlich nicht, aber wir gucken einfach mal. Es wird schon gut gehen. Bestimmt. So, wie lange müssen wir nochmal anspielen? Also ich höre schon Geräusche, aber ich sehe nichts. Ah, jetzt. Du, du, ja. Und go! Ja, okay, ist einfach... Okay, nee, die Steuerung macht Sinn. Dass das so rum ist. Alles klar, also. Wir sollen den Ringen folgen. Wir spielen einfach Superman 64. Aber mit actually guter Steuerung. Was heißt guter Steuerung? Also es ist natürlich, die Steuerung ist trotzdem ein bisschen noch ein Hindernis. Ihr seht ein bisschen, wie schwammig es ist. Also, wenn ihr es selber spielt, dann merkt ihr auf jeden Fall, was ich meine. Aber besser als das alte Spiel auf jeden Fall. Das kann man auch nicht schlechter machen, glaube ich. Na, wie auch immer. Ich glaube, wenn wir... Oh, es hat noch gezählt. Wenn wir durch die Ringe fliegen, ist es besser, als wenn wir drum herum fliegen. Also, ich denke mal nicht, dass wir dann verlieren, aber... Wir sollten es nicht provozieren. Also, das war es schon. Bitte sagt mir nicht, das war es schon, weil es wäre echt richtig lame. Nein. Das war eine Runde 1 von 3, oder? Was? Das ist immer noch die gleiche, brennende Bios-Organgrund. Oh Mann. Jetzt bin ich enttäuscht. Das war ja... Baby einfach. Das ist jetzt etwa eine Oma. Also... Selbst ohne Magentino-Ringe hättest du genug Zeit damit gehabt. Eine fabelhafte Demonstration eurer Flugkünste. Das Zeit damit habt ihr vorbildlich eingehalten. Damit hast du meine Top-4-Tonisch bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Wir sollen unseren Standort erneut wechseln. Bitte folge mir erneut. Jetzt kommt der Kampf, ne? Jetzt kommt ein... Ja, ein Fight. Du hast dir das Recht verdient, gegen mich zu kämpfen. Oha, erst jetzt habe ich die Rechte dafür. Soll unser Kampf beginnen? Jo, warum nicht? Verstanden. Dann sollten wir jetzt unsere Kampfposition einnehmen. Alright. Kampfposition eingenommen. Oh Gott, bevor wir beginnen... Bevor wir beginnen, möchte ich dir eine Frage stellen. Wie stehst du zu Joe? Äh. Äh. Wir sind befreundet, I guess? Hm. So, so. Ihr seid also befreundet. Ich betrachte Hannas Bruder als einen Freund. Doch er hat sich verändert. Und das bereitet mir Sorgen. Da hoffe ich, ihm helfen zu können. Eine Niederlage darf ich mir also nicht erlauben. Nein, du verstehst es falsch. Eine Niederlage würde dir helfen. Beginnen wir mit unserem Kampf. Ich habe noch gleich einen Termin. Okay. Oha, der hat einen Schwerball. Aaron. Oder Ehren. Panzer Aaron und Alola Diktri. Damit fängt es ja alles so an. Okay. Panzer Aaron, Diktri auf Position. Wir beenden diesen Kampf ganz nach Zeitplan. Zeitplan? Na, aber wenn wir schauen, wie lange gebrauchen. Und es ist wieder underleveled. Oh, man. Okay. Auf wen würde ich den Volt Wechsel treffen können? Auf Panzer Aaron kann ich ihn treffen. Und du versuchst mal deinen Drachenpuls. Guck mal, wie ich nämlich das mache. Uah, dem. Oh, no. Oh, Belly Ball hat er überlebt. Oh, sehr gut, dass ich Volt Wechsel eingesetzt habe. Okay. Oh, das lädt er sich auf. Also. Oh, nein. Oh, Panzer wurde schneller. Ich bin nicht bereit für diesen Kampf. Oh, no. Drachenpuls. Oh, fast gekillt. Aber leider nicht ganz ausgereicht. So viel Pech kann man also haben. Dank für die Lektion. Ja, gerne, schätze ich. Okay, wen schicken wir stattdessen mal rein? Wie wäre es mit Vater Linja? Ja, obwohl Panzer Aaron, ne? Ja, müssen wir einfach hoffen. Müssen wir einfach hoffen, würde ich sagen. Und Quirrschuss greift beide an. Ist also sehr vorteilhaft für uns. Und ansonsten machen wir mal den Drachenpuls. Oh, wow. Sag mir nicht, ich schreck jetzt zurück wegen dem Tiefschlag. Ich hoffe nicht. Genau, ich habe ein Item gesetzt. Einen Schwächenschutz. Und das bufft mich jetzt sehr, sehr stark. Aber dafür ist es aufgebraucht. Es war sehr teuer. Also, wenn ich jetzt sterbe, ist alles umsonst gewesen. So wie, was, wie viel da war es? 5000 oder so? Punkte, Dollar? Keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht billig. War nicht super, super billig. Und deshalb brauche ich das jetzt beide. Ja, geht nix bis zumindest dauernd. Aber sonst macht es gar keinen Damage. What? Oh, no. Sie haben wahrscheinlich auch sechs Pokémon, oder? Müssen wir uns auf jeden Fall ein Zeug legen. So, Alva Dicktrich ist nochmal down. Das Ding kann gefährlich werden. Ach, der ist 94 hoch. War auch jetzt am meisten XP. Ich war doch jetzt immer im Kampf. Aber trotzdem. Nein, nicht gut. Nicht gut. Empoleon? Die nächste mit einem richtig krassen Starter-Pokémon. Wasser, Stahl. Oh, man. Quatschus, schätze ich. Warte, der Schattgriff ist. Nee, fand doch nicht. Keine Ahnung, Freunde. Ich probiere es einfach mal, schätze ich. Ja, doch. Im Podium macht es schon Damage zu. Und Panzer Aeron ist fast down. Also, der Kampf ist nicht unmöglich zu gewinnen für uns. Wir haben Chancen. Und das... ...ist eine Starke Attacke. Eis-Strahl. Ja, ich hätte wissen müssen, dass er so ein Eis-Tacker hat. Hätte ich wissen müssen. Wirbelwind. Oh, das schmeißt mich weg, ne? Ja, schmeißt mich weg. Okay. Wen tue ich dafür rein? Wer wird bei einem reingeschickt? Freddy? Ogapon. Hm. Okay. Aua, stillen die spitzen Staffeln. Hä? Könnte ich das nicht hier richtig wieder reinsetzen? Ja, doch. Theoretisch schon. Ja. Okay, warum nicht? Gut, gut. Aua. Ogapon. Holzgeweih gegen Empolion. Und Fatalicca Quirlschuss auf beide. Bam! Und der Quirlschuss macht euch beide dann gleich nicht down. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das ist ein richtig guter Plan. Komm, das wird es funktioniert. Das ist ein richtig guter Plan. Das ist richtig guter Plan. Das ist... Das hat Empolion verfehlt. Ernsthaft? Na, Panzer-Aeron ist dann. Zumindest ist es dann. Panzer-Aeron-Down. Aber ich habe ein bisschen Angst wegen Eis-Strahlen, ne? Da habe ich ein bisschen Angst vor, Tobias. Ja, ich habe überlebt. Gut gemacht. Cherox? Cooles Pokémon, aber nicht cool gegen zu kämpfen. Was? Wieso stand er jetzt sehr effektiv? Wenn es... Hä? Wieso steht das sehr effektiv? Da steht nur effektiv. Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber... Na gut. Tschüss bei der Adnet, auch so? Okay, keine Ahnung. Machen wir den... Ja doch, machen wir mal den Fußgick auf Cherox. Und ansonsten den Quirschuss nochmal. Ich darf doch anfangen, oder? Ich darf doch safe anfangen. Patronenhieb. Ich habe vergessen, dass er das kann. Nein! Oh, und jetzt überlebt Emporion weiter. Und kehrt mich auch noch. Nein, natürlich nicht. Aber... Oh no. Ich habe nur noch Freddy, ne? Eventuell müsste ich gleich mal Beleber einsetzen, ne? Okay, wir versuchen es einfach mal. So. Fußgick hat gut Damage gemacht. Mach ruhig weiter. Und du machst Erdkräfte auf Empolion. So, bam! Anspringen? Das kenne ich gar nicht. Wofür es doch nicht geht, bin ich Game Over. Oh nein. Gar nicht gut. Zumindest ist er down. Zumindest ist die Pole schon mal down. Das ist meine typisch welche ausgenutzt. Verschreckt ist mir meine Brille beschlagen. Ich weiß gleich, was ich eße das Gänster-Pokémon eigentlich ist. Keine Ahnung. Ist es vielleicht das Cherox? Zytomega? Das passt. Okay, also scheinbar hat jeder hier ein Pokémon, was überhaupt nicht reinpasst. Der Feuertyp Matt hatte ein Kokowai. Und sie hat ein Zytomega. Es ist Typ Psycho. Pur Psycho, glaube ich. Ungefähr. Ja, ich kann auf jeden Fall nicht angreifen. Ich muss auf jeden Fall erstmal Pokémon heilen. Gott, wen heil ich denn? Ja, Ogapon, oder? Dann kann er direkt wieder reingeschmissen werden. Dann kann ich mit Ogapon auch was machen, glaube ich. Ich glaube, so funktioniert das, ne? Holzgeweih, heilt doch! Oh. Nein, darf ich nicht. Schade. Ich bin... tot. Ja, ich muss beleben. Also, mir bleibt nix anderes übrig. Sonst bin ich hundertprozentig tot. Ich muss überlegen, wen heil ich jetzt? Meine Gegner sind Zytomega, Typ Psycho und Cherox. Stahl... Käfer? Also... Ein Pflanzpunkt, man würde keinen Sinn machen. Wegen Cherox. Boyenhelm wäre halt nett. Ich versuch's mal. Mit ihm. Mit Bellyball. Warte, bin ich jetzt Game Over? Nein. Ich hab doch Beleber eingesetzt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Bizarro Raum? Oh no. Ja, Leute. Das sieht nicht mehr so gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll, ne? Warte, wenn Oropon schon nicht down geht. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich hab Boyenhelm. Ich muss drauf hoffen, dass da Boyenhelm genug damit macht. Ich muss mich heilen. Am besten direkt den Top-Trank. Wenn ich noch eine Chance haben will. Eigentlich dürften die beiden mich nicht plätten. eigentlich. Aber irgendwas übersehe ich wahrscheinlich wieder. Boah, so viel? Aber hey. Weil, ja, nicht nur Dynamo, sondern auch den Boyenhelm. Ich hab' ich noch mal ein bisschen mehr. Ich hab' das Gefühl. Ich hab' das Gefühl. Ja. Ja. Ich versuch's mir noch mal mit Freddy, auch wenn's ne dumme Idee ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ehrlich gesagt. Komm, raus damit. Okay. Ja, das ist halt kacke. Die letzte Zeit läuft. Lass uns diese Angelegenheit zum Abschluss bringen. Oh, Hell no. also vom meter groß habe ich respekt jetzt ist auch noch typ stahl in terrakus überlebt das hat für mich überlebt sendet aber ich glaube sowieso tot wegen zu mega oder kann das sein warum sitzt ich bedanke mich dass ich noch am leben bin heile mich kurz ich bin sehr froh dass ich den bollen her mir drin ab der ist gerade der mvp gefühlt kennt mich das ernsthaft ok ich habe es verstanden ich soll ihn nicht hier benutzen verstanden ok ich hatte das mal ein bisschen für euch ok kleines update ich müsste bei lieber und kraft wirklich nur noch für seinen beulen her wie man mit groß sehen kann ich habe man reingetan weil ich der hoffnung bin dass er sich jetzt heilen kann ja top drank erstmal hier auf er muss überleben so das sollte machbar sein ja kein problem hilft aber ja ich habe ich weiß ich habe den namens richtig krass aufgeladen aber ich kann es nicht losen oh nein ja schön und cool damit überlebt euch eine attacke noch aber ne 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 und dann ja klar 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 ja über ja klar ok meter muss als erstes weg ok ich bin fast gestorben grad aber in einem bitterraum einsetzt habe ich den vorteil eine runde zu heilen so wer lieber überlebt das und okaporn kühlt jetzt meter groß meter groß muss als erstes weg ja hat sich nicht gelohnt den angriff aber jetzt ist es zumindest weg sind vorgespult sag ich mal ok ok was mache ich gegen zutomega ja es hat überreste und es heilt sich halt ständig auf aber jetzt ist es das einzige target ok 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 ich denke ihm wieder zu beleben ist keine schlechte idee ich muss auch immer nach dem kampf mal beleber kaufen wäre keine schlechte idee herzenspartner bellyboil wie nett so zwei gegen ein das ist machbarer und vor allem ergreif mir gerade nicht an da habe ich gerade einen vorteil so zutomega lange wirst du nicht mehr mega krass bleiben ich weiß bis jetzt full heal aber mach mal erstmal den donnerblitz zusammen mit einer rankenkeule und das nicht killt dann weiß ich auch nicht hey ja boah so ein crit und jetzt boom es überlebt noch ich Gehe ich jetzt auf Risiko und setze ich einen Donnerblitz ein oder belebe ich noch mal zur Sicherheit? Ihr kennt mich, ich belebe noch mal zur Sicherheit. Ich traue mich das wirklich nicht. Damit verschwende ich halt noch ein bisschen Zeit, aber damit haben wir den Kampf zumindest gewonnen. Junge, ich war nicht vorbereitet auf diesen Kampf, aber ich habe trotzdem irgendwie gewonnen, irgendwie geschafft. Ich weiß auch nicht wie, aber ich habe es geschafft. Ha, Schutzschild. Hat sich also sowieso nicht gelohnt. Okay. Ja, Überreste heilt den halt auch ständig, deshalb kann ich das gar nicht einschätzen. So, Freunde. Sie ist somit auch schon mal besiegt. So, wir haben noch Zeit, also theoretisch könnten wir auch noch die Prüfung machen von Levy, zu dem wir als nächstes hingehen. Und Leverhubs haben wir uns verdient. Hm. Ich konnte nämlich nicht mit dir mithalten. Habe ich gemerkt. Hihihi. Die Stärke unserer Pokémon hängt von der Stärke unserer Gefühle ab. Offenbar ist dein Wille, Joe zu helfen, noch eiserner als meiner. Sag doch sowas nicht. Das sind doch alle Freunde von Joe. Hm. Das ist nett von dir. Danke, Maike. Gut. Es wird Zeit, deinen Sieg über mich mit einem Foto festzuhalten. Oh, yeah. Oh, ein süßes Herz. Schön. Außerdem überlasse ich dir einer meiner liebsten Attacken. Stahlpresse? Was macht das denn nochmal? Dann nimmst du hier mit Arm und Scheren in die Mangel. Ihr hört die Kapitel des Ziels, dass du das hast. Oh. Not bad. Oh Gott. Hm. Also, meinen Wunsch, Joe zu helfen, lege ich hiermit in deine Hände. Es ist Zeit zu gehen. Entschuldige mich. Bye. Leck. Die Hälfte haben wir damit besiegt. Zwei besiegt, zwei fehlen noch. So sieht's aus. So ist es geschehen. Ja, zukünftiger Champ. Zukunftiger Champ, das hat doch immer dieser Türsteher gesagt in den Pokémon-Arenen früher, ne? Damit hast du schon das zweite Mitglied der Top 4 erledigt, was? Respekt. Aaron hinterlässt einen bleibenden Eindruck, was? Sie und Hannah scheinen sich überraschend gut zu verstehen. Den beiden beim Quatschen zuzusehen hat echten Unterhaltungswert. Aaron kommt immer so ernst und spießig rüber. Dabei ist sie in Wirklichkeit sehr sensibel. Sie wird schnell missverstanden, aber du weißt ja jetzt, was Sache ist, Michael. Joe, du scheinst in der Blaubeer-Liga ja gut voranzukommen, Michael. Na sowas, der Herr Champ. Bist du hier, um die Konkurrenz auszuspionieren? Ich hatte mir Sorgen gemacht, weißt du? Was, wenn du in der Zwischenzeit schwächer geworden wärst? Aber du hast dich zum Glück nicht verändert. Du darfst auf keinen Fall verlieren, bevor du es zu mir schaffst, hörst du? Weiß ich auch nicht. Sonst kann ich dir ja gar nicht zeigen, zu was ich alles fähig bin. Die Luft knistert ja regelrecht vor Spannung. Wie auch immer, wird Zeit, dass ich dich wieder weiterziehen lasse. Du hast bestimmt viel zu tun. Man sieht sich. Top 4 minus Top 2 macht zwei Mitglieder, die du noch toppen musst. Da hast du recht. Ey, geh nicht einfach. Jetzt muss ich zu dir hin. Der Drachen-Heini. Er hält sich in den eisernen Gebieten drauf. Also hier sind wir auch deutlich im Gebiet. Da in der Ecke ist er. Da ist er. Ja. Ich denke einfach nur geradeaus gehen. Müsste so sein. Ich werde eine neue TM herstellen, Shanta. Okay. Ich weiß, ich habe hier schon bei TM hergestellt. Ich weiß nicht, ob ich es jemals gemacht habe. Oh, hier vor mir ist ein... Shiny... Hoku Meal Event Rating. Was by the way nur noch dieses Jahr, soweit ich weiß, angeht. Also wenn ihr das haben wollt, kauft euch den DLC noch dieses Jahr. Dann könnt ihr die drei handen. Okay, gut. FlyBB könnt ihr auch ohne DLC handen. Aber die anderen beiden nicht. Also, ne? Aber, hey. Wenn ihr euch den DLC nicht holt. Sehr verständlich. Er ist einfach zu überteuert. Also. Es ist einfach. 35 Euro oder was das waren? Nein. Das ist einfach überteuert. Ich habe mir trotzdem geholt. Damit ihr zumindest sehen könnt, was ihr so verpasst. Aber, ich glaube, ganz ehrlich. Ich würde ihn wahrscheinlich selber auch nicht kaufen. Wenn ich... Naja, wenn ich jetzt nicht aktiv immer noch Pokémon spielen würde, ne? Was soll ich sagen? So. Topfit. Ja, lass mich durch. Du, 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 du. Hö! Den habe ich nicht gesehen. Aber, hey. Hier haben wir die, ähm... Die Gala-Wissung von Vater Lützscher. Eigentlich ja nicht, aber... Für mich ist dieses andere Tentacher und das andere Dicta, also Sticta... Für mich ist das auch Regionalform. So. Da bleibe ich bei. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Da bleibe ich jetzt erstmal bei. Auch wenn es ja theoretisch nicht stimmt. So. Und das Schneegebiet sieht irgendwie sehr, sehr ähnlich aus. So. Also nicht sehr ähnlich. Aber es erinnert mich halt total an dieses eine Schneegebiet aus dem Schwert und Schild 2. DLC. Da geht's ja... Da war ja komplettes Schneegebiet. Jetzt hier wieder sowas zu sehen im 2. DLC? In diesem Spiel? Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Wir sind immer das gleiche. Schneelandschaft. Oh, da ist es. Sehr offensichtlich würde ich so behaupten. Hier in dem Areal könnt ihr übrigens irgendwo einfach mal überall spammen. Irgendwo könnt ihr hier auf jeden Fall ein, ähm, Item bekommen, womit ihr Hokumi entwickelt. Also so ein Zucker-Ding. Weiß nicht genau, wo. Irgendwo hier. Apropos Entwicklung. bei levy kriegen wir etwas womit wir unser drapfel sind unser rapfe entwickeln können naja das können wir bekommen ja willkommen im polarplatz du bist michael ne ja okay das kostet dich 50 bp die hast ja wunderbar schön hast du gefahren moment nicht so schnell sie darf umsonst mitmachen danke bist du dir sicher levy das widerspricht an arbeit den regeln nach immer diese regeln dann übernehme ich eben die gebühren besser aber also na gut noch eine ausnahme danke hast du es gut bei mir ja auch zum kampfplatz was keine challenge also levy wird immer so sympathischer muss ich sagen da ist so locker drauf zu diesen heftigen kampfplatz rein girl mit seiner zahnpasta frisur okay okay eigentlich ist ja nicht viel anders als die anderen kampfletze nur ein bisschen kälter ich mag so eisiges wetter ziemlich unüblich für jemanden der auf 3 pokémon spezialisiert ist was weil es sehr effektiv gegen daher tja so bin ich unberechenbar aber deswegen meiner top 4 challenge hier und nicht um dir mein gelaber anzuhören aber in der top 4 challenge dreht sich alles um exklusive kuppelkämpfe die regeln sind super easy wenn du gegen meine drei buddies aus der liga ag gewinnst hast du bestanden finito aber du kannst nicht einfach jedes x-beliebe pokémon einsetzen auf das du gerade bock hast nur wilde pokémon die du in der terra kuppel gefangen hast du erlaubt außerdem musst du sie selbst gefangen haben wenn du wohnen im team hast die diese anforderungen nicht erfüllen gibt es auch keine challenge für dich ja ich weiß dass solche regeln nervig sind aber wer doch wenn du einfach mit deinen überlebenden pokémon durch die challenge rauschen würdest okay hat aber recht und hey deine gegner müssen dieselben regeln befolgen das gibt doch her oder also gehörer würdest du dich meiner top 4 challenge stellen oder was ich muss erst mal fangen ja okay dann macht das ja das tue ich dann erst mal auf screen leute bis zur nächsten folge wo ich dann jetzt erst mal auf screen ein paar pokémon für ihn fange ich schätze mal wenn der typ drache ist und wir nur eisgebiet sind fange ich mal ein paar eispokémon oder ich denke das ist gar keine schlechte idee